Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 8000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2014. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.869 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis additionally Adolf Tönt 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 Tönt